Ja, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, in dem ich einmal meine Gedanken teilen möchte zum Thema Soft-Gepäck vs. Hart-Gepäck, also weiche Satteltaschen und Gepäckrolle vs. harte Alu-Koffer. Ich selber habe mich die letzten Wochen und Monate, wie glaube ich so viele Motorradfahrer, damit einmal beschäftigt und mir Gedanken gemacht, was möchte ich denn für ein Gepäcksystem haben, was sind denn die Vor- und Nachteile der einzelnen Gepäcksysteme. Und ich habe mir da mal einiges runtergeschrieben und dachte mir, wenn ich mir schon diesen Aufwand gemacht habe, warum nicht auch einfach mal teilen. Vielleicht teilt ihr einige Ideen von mir, vielleicht andere nicht, lasst es da gerne zu den Kommentaren diskutieren, ist natürlich auch teilweise ein bisschen eine Glaubensfrage, aber starten wir mal rein. Sowohl Soft-Gepäck als auch Hart-Gepäck haben ihre Vor- und Nachteile für das Motorradfahren. Es gibt einige Punkte, die man dabei aber beachten kann. Ich fange einfach mal an mit den Vorteilen für das Soft-Gepäck. 1. Flexibilität Soft-Gepäck besteht oft aus Taschen oder Satteltaschen, die flexibel sind und sich an die Form des Motorrads anpassen können. Dadurch ist es einfacher, das Gepäck zu befestigen und an verschiedenen Stellen des Motorrads zu platzieren. 2. Gewicht Soft-Gepäck ist in der Regel leichter als Hart-Gepäck, was wichtig sein kann, um das Gesamtgewicht des Motorrads im Gleichgewicht zu halten. 3. Kosten Soft-Gepäck sind oft kostengünstiger als Hart-Gepäck, da es nun mal aus Stoffmaterial hergestellt wird und nicht aus etwas teureren Aluminium. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Der erste Nachteil ist mit Sicherheit der Schutz. Im Vergleich zu Hart-Gepäck bietet Soft-Gepäck in der Regel einen geringeren Schutz für den Inhalt. Bei einem Unfall oder Sturz könnte das Gepäck stückbestätigt werden und im schlimmsten Fall sogar der Inhalt. Der zweite Nachteil ist eine Wasserdichtigkeit. Soft-Gepäck ist nicht immer wasserdicht. Natürlich gibt es auch Varianten, die Wassersicht sind, auch mit wasserdichten Innentaschen. SV Motik hat auch zum Beispiel jetzt die WP-Serie mit wasserdichten Außenhüllen herausgebracht. Nur das kostet natürlich auch wieder seinen Preis und dadurch schmälert sich der Vorteil der Preisdifferenz zu Hart-Gepäck. Wie gesagt, wenn Soft-Gepäck nicht wasserdicht ist, dann kann es zu Schäden an den darin erhaltenen Gegenständen führen. Dritter Nachteil Formstabilität. Da Soft-Gepäck flexibel ist, kann es dazu neigen, sich während der Fahrt zu verformen oder zu bewegen, was das Handing des Motororts beeinträchtigen kann. Natürlich kann der Punkt der Formstabilität auch vom Negativen ins Positive gedreht werden, da durch das Soft-Gepäck flexibel ist, man auch Klamotten im Zweifel da besser verstauen kann. Und die jeden Stauraum oder jeden Zwischenraum noch besser nutzen kann. Kommen wir nun zum Hart-Gepäck. Der erste Vorteil ist klar der Schutz. Hart-Gepäck bietet in der Regel einen besseren Schutz für den Inhalt, da es aus robusten Materialien wie Kunststoff oder Aluminium besteht. Es kann den Inhalt vor Stößen, Wettereinflüssen und vor allem vor Diebstahl besser schützen. Ein zweiter Vorteil ist die Formstabilität. Hart-Gepäck behält in der Regel seine Form während der Fahrt und beeinflusst das Handling des Motorrots dadurch weniger. Ein dritter Vorteil ist klar die Wasserdichtigkeit und Staubdichtigkeit. Viele Hart-Gepäck-Optionen sind wasserdicht oder zumindest wasserabweisend, was den Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit auf jeden Fall verbessert. Es gibt aber auch natürlich Nachteile beim Hart-Gepäck. Erstens das Gewicht. Hart-Gepäck ist oft schwerer als Soft-Gepäck, was das Gesamtgewicht des Motorrads erhöhen kann und Auswirkungen auf die Handhabung haben kann. Ein zweiter Nachteil könnten Kosten sein. Hart-Gepäck ist in der Regel teurer als Soft-Gepäck, insbesondere die hochwertigen Optionen aus robusteren Materialien. Ein dritter Nachteil kann auch die Montage sein. Die Montage von Hart-Gepäck kann komplizierter sein und er fordert in der Regel speziellere Befestigungssysteme und Heiterung als bei Soft-Gepäck. Ich werde aber wahrscheinlich eine Kombination fahren und zwar Seitenträger aus Alu-Koffern und dann eine Gepäckrolle aus Textil. Ich denke so bediene ich so das Beste aus beiden Welten, was mir ganz gut gefällt. Wie steht ihr zu der Thematik? Was ist für euch ausschlaggebend? Wofür habt ihr euch entschieden? Und was sind die Gründe? Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, ist mal ein bisschen was anderes, eine andere Art von Video. Ich bin gespannt, wie euch das gefallen hat und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Ciao.